Sie ist eine einfache Frau. Fast noch ein Mädchen. Eine unter vielen. Unauffällig und brav, so wie es von ihr erwartet wird als Frau in einer Männergesellschaft. Große Träume sind anderen vorbehalten. Ihre Zukunft soll darin bestehen, eine gute Hausfrau und Mutter zu werden. Doch dann begegnet ihr Gott. Für ihn ist sie nicht nur eine unter vielen. Er hat sie gesehen. Ihr großes Herz, ihren Mut, ihre Stärke. Auch ihre Schwächen kennt er gut. Und trotzdem. Gott sieht in diesem jungen Mädchen schon die außergewöhnliche Frau, die er für einen einzigartigen Auftrag auserwählt hat. Sie soll die Mutter von Jesus werden. Den Gottes Sohn unter ihrem Herzen tragen, ihn begleiten, wie er aufwächst. Miterleben, wie er zum umstrittenen Wanderprediger wird und wie er am Kreuz stirbt. Als Gott Maria begegnet, wird aus dem unscheinbaren Mädchen eine Frau mit einem Lebenssinn. Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde, die alles verändert. Musik Untertitelung. BR 2018